Leute hier Sanaco mit Pokémon Blattgrün so ich bin mal durch die Diktorhöhle gegangen um zu gucken was hier draußen so gibt's dann lass mal gucken okay hier gibt's nix ein Haus so 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 wir erhalten Form 5 was wahrscheinlich Blitz ist ja schon hm 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 So, das war es eigentlich auch schon. Also hier auf der Route 2. Ich überlege gerade, welches Pokémon könnte Blitz erlernen. Also ich meine, also ich möchte nicht Pikachu Blitz geben. Naja, Leute, ich mache hier eine kurze Pause und wir sehen uns in Azuria City. Bis bald. So, Leute, wieder da. Ja, um zur nächsten Stadt zu gelangen, müssten wir durch die Dunkelhöhle. Ach ja, und wenn ihr euch auch ein Knopf-Fenster gefangen habt wie ich, weil, also ist es nützlich, weil Knopf-Fenster kann Blitzer lernen. Ja. Ach nee, kann mir rafla. Ciao. Tschüss. 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 Das war's. 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 Das war's.